Kake, ihr kommt nachts bestimmt die Spinnen. Oh, 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 da ist direkt eine gespawnt vor mir. Also wirklich direkt vor mir. What the fuck? Was ist denn das Krieg? Tag Leute, da sind wir, der... Junge Phil. Und ich, der alte Phil. Satisfactory. Und guck mal, hier beim Abfüllen, da geht immer Benzin verloren, ey. Was für ein... Ich weiß auch nicht. Also vorsichtig hier nicht rauchen und so. So, also wir brauchen Highspeed-Connector. Weil für den Ding da ganz oben, da brauche ich das. Ich brauche den Highspeed-Connector für eins von denen. Genau, den Motor. Turbomotor ist das, glaube ich. Ist das Turbomotor? Ne, ist irgendein Motor, glaube ich. Um Highspeed-Connector zu machen, brauche ich noch mehr Kunststoff. Da hinten ist aber Kunststoff am Limit. Und der Kunststoff, der hier ist, ist auch zu wenig. Da kann man auch was von abzweigen. Ist aber egal. So, und von daher würde hier die Straße weitergehen. Machen wir mal um ein bisschen. So, immer wieder neu. Und da würde ich nämlich jetzt hier die Fläche zumachen. Mal gucken, ey, scheiße, so weit kommen wir da gar nicht. Ey, die Fläche reicht von vorn bis hinten nicht. Die reicht von vorn bis hinten nicht. Kacke. Kacke? Was hast du jetzt kaputt gemacht? Nix. Aber das mit dem modularen Rahmen und dem schweren Rahmen, das funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Weil es werden ja nur modulare Rahmen produziert, wenn die schweren modularen Rahmen voll sind. Oder? Es werden nur schwere modulare Rahmen produziert, wenn die anderen Rahmen... Äh, nur, 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 ich meine nur modulare Rahmen werden ins Lager gebracht, wenn die modularen Rahmen... Wenn die schweren modularen Rahmen voll sind. So, aber das Ding ist... Boah, das ist echt kacke. Nee, nee, das ist einfach. Nein, 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 weil das geht nicht. Papa, wir können das nicht fixen. Wir müssen eine extra Produktion vom modularen Rahmen, weil... Das werden jetzt alle, die werden beide gleichzeitig hier rein ins Lager gebracht. Genau. So, dann habe ich es jetzt so gemacht, dass wenn die voll sind, werden die weggeschreddert. Genau. Das heißt, die schweren modularen Rahmen werden dauerhaft weggeschreddert, wenn die voll sind. Okay, und jetzt... Und es werden nur noch ganz wenige modulare. Hör zu. Warte, lass mich ausreden. Nee, lass mich mal kurz. Lass mich mal kurz. Nein, 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 nein. Toc, toc, toc. Ach, ey. Na komm, dann sag. Nee, nee, sag du jetzt. Jetzt überleg mal, was passiert, wenn die schweren modularen Rahmen nicht weggeschreddert werden? Ja, eben. Dann staut sich das und dann werden natürlich wieder neue modulare Rahmen vielleicht produziert, aber die können nicht ins Lager gebracht werden. Das heißt, wir brauchen eine neue modulare Rahmenproduktion. Weil die über einen Strang gehen? Beide Rahmen gehen über einen Strang. Ja, natürlich. Das geht nicht anders. Ja, die musst du... Wenn der LKW das auspackt, musst du die splitten. Ja, aber... Dann machst du Überschuss... Dann, wenn sich die schweren modularen Rahmen stauen... Genau, dann machst du Überschuss. Das sind die schweren modularen Rahmen, die gehen weg. Ja, wohin? Ein Schröderer. Okay, aber es werden trotzdem keine modularen Rahmen produziert. Genau, und dann kommen immer die anderen hinterher. Es funktioniert nicht. Wir brauchen eine neue modulare Rahmenproduktion. Oder wir sagen nur, dass die schweren modularen Rahmen nur einen bestimmten Anteil benutzen dürfen können. Aber sonst funktioniert das nicht. Weißt du, was du machst? Was? Der intelligente Splitter, der oben den Überschuss an einfachen Rahmen rausschiebt. Da setzt du einen normalen Splitter hin. Der immer bloß eins zu eins macht. Eins, 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 eins. Wo? Wie? Bei der Produktion. Ach so. Ah, bei der Produktion. Dann nimmst du einen intelligenten Splitter weg. Okay? Ja, mache ich. Und setzt einen einfachen Splitter hin. Und dann haben wir doch das Problem gelöst, oder? Ja. Weil dann wird immer nur die Hälfte genutzt. So, und ich brauche jetzt so viel Platz. Richtig viel Platz. So, weil wir brauchen ja da auch Katerium. Das Katerium wird später von da hinten kommen. Das heißt, ich setze das jetzt einfach hier hin. Dann können wir von da auch das Öl abgreifen. Yes. So machen wir das. Erstmal Fläche bauen. Sehr schön. Ich brauche auf jeden Fall von da hinten das Öl. Das heißt, ich setze jetzt hier eine Raffinerie hin. Zwei Raffinerien hin. So, sehr gut. Dann läuft das jetzt. Guckst du, stimmt das? Sehr schön. Sehr schön. Hier steht der Fels hier. Stopp. Im Weg. Mann ey, das scheiß Erdbeam ey. Das hat alles hier, die ganze Planung ein bisschen durcheinander gebracht. Das ist schon mal unerhört ey. Das ist schon mal unerhört. Das ist schon mal unerhört. Das ist schon mal unerhört. So. Der Architektor. Kleine Säule. Unten rein. Zack. Gut, ich kriege jetzt das Ding da oben drauf. Jetzt muss ich mich gleich was hochbauen hier ey. Alter, wir haben hier eine Eisenquelle zugemacht. Wo? Kacke. Wo? Ich glaube, das war ich. Ich weiß nicht wo. Unter dem Gebäude, wo die Sachen produziert werden. Das wäre nicht schön. Ja, es ist so. Ja, ich sage ja, es wäre nicht schön. So. Also Öl nochmal da oben ran. Zack. Öl darüber. Zack. So. Und jetzt von so nach so. Dann ist es so. Aber es gibt doch diesen anderen Modus hier. Nee, nicht MK1. Vielleicht MK2. Auto 2D. Kann das sein? Nee. Horizontal, vertikal war das. Genau. Ja, das sieht gut aus. Sieht doch mal vernünftig aus, ey. Oh, es wird hochgepumpt, aber es ist nicht so hoch, wie das da ist. Es funktioniert. Geil. So, jetzt haben wir hier zwei, die Kunststoff machen. Da haben wir eigentlich mehr als hier noch Kunststoff. So, dann bauen wir jetzt noch zwei hin. Einmal für den geilen Stoff, den Junior haben will. Und einmal, um das Rest Zeugs in Benzin umzuwandeln. Genau. Äh, das. Das hier. Der Smokeless Powder, ne? Ja. Ich hätte gerne hier so einen Bogen lang oben. Zack. Und oben nochmal miteinander verbunden. Ist ja schon smart. Kann ich eigentlich, wenn ich Rohre anflansche, auch sagen, okay, ich will hoch. Doch, warte mal, ich könnte jetzt hier natürlich hoch fahren. Übergeht es aber nicht. Reicht aber. Oh, Alter, ist das ein Gefrickel hier, ey. Bombe, 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 Bombe. So. So, für das Smokeless Powder. Quats. Junge Mann, setze ich dir aber nur einen kleinen Container hin. Ja, ja. Das reicht auch. Oh, was ist das bei der Marm? Sehr gut. Ah. Wir haben einen neuen Nobelisten. Ach du. Heilige Scheiße. Okay. Ob der Platz hier reicht? Ach, kacke, jetzt habe ich vergessen, einen Computer zu holen da hinten. Ja, dann musst du nochmal herkommen. Computer holen. Wann kommst du das nächste Mal? Ich bin hier hinten am Bauen. Nicht in dieser Folge, glaube ich. Da ist Benzin drin. Eigentlich könnte man denn das, was hier an Benzin bastelt, wird da drüben ran. Da haben wir unsere Teile und dann setzen wir da. Einfach noch ein Kraftwerk hin, ey. Energie kann man nicht genug haben, ne? Okay. Okay. Also, jetzt haben wir zumindest erst mal dieses Zeugs. Das heißt, Öl ist auch drin. Ich könnte das jetzt eigentlich schon anschließen, ey. Jetzt lassen wir hier einen Pfosten hinsetzen. Zack. Das sieht natürlich bestimmt scheiße aus. Aber sowas von. Mega scheiße. Okay, wir können hier aber Strom einbringen. Das ist schon mal sehr geil. Also, ich guck mal, was hier dieser andere Nobelist kann. Mhm. Ich werfe ihn hier einfach mal hin. Mhm. Oh, okay. Ich weiß, was der macht. Der schleudert die Gegner richtig weg. Ah, ja, ja. So einen gibt's, ja. Okay, cool. Sehr schön. Wie viel von diesen Smokeless Powder brauchst du eigentlich? Sehr viel. Wenn ich alles freischalten will, was ich auch einfach gerne machen würde. Okay, wie viel ist denn sehr viel? 1.000. Okay. Warum? Ja, ich bin am überlegen, ob ich dir einen Container hierher sitze oder einfach die Anlage so lasse und du das einfach aus der Anlage rausnimmst, wenn der was produziert. Nee, nee, mach einen Container. Scheiße, die Anlage braucht Schwarzpulver, junger Mann. Ja. Da können wir gar nichts machen aktuell. Scannen mal nach Schwarzpulver. Schwarzpulver werde ich nicht scannen können. Ich meine Schwefel. Achso, nee, ich meine Schwefel, ja. Du hast doch gar eine Schwefelquelle. Ja, aber die ist weit weg. Okay, ich muss dann gucken. Ey, echt, das muss doch noch eine Schwarzpulver. Also, falls wir es wirklich machen, also falls wir hier jetzt nichts finden, was man, also falls wir hier nicht schnell Kohle und Schwefel finden, kann ich auch eine Förderbahn mit dem Schwarzpulver von der Base nehmen. Aber ich würde erst mal gucken, ob hier vielleicht was in der Nähe ist. Also, ich habe was gefunden. 1.000 Meter weit weg. Ja, 7.000 Meter weit weg. Schwefel? Ja. Ich würde gerne mal Kohle. Kohle? Brauche ich das auch dazu? Ja, für Schwarzpulver brauchst du Schwefel und Kohle. Oh Gott, Alter. Brauchen wir nur eine unreinende Quelle von beidem eigentlich. Kohle, 1.000 Meter. Also, mach einen LKW, der hier herfährt. Kohle, wie viel? 1.000 Meter und mehr. Mach ich. Ein LKW. Scheiße, ich kann die Straße hier aber nicht. Jetzt habe ich das so schön gebaut. Passt der LKW, also fasst der, 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 ein Schlepper. Passt den Schlepper hier drunter? Ja, ne? Wo? Hier, unter die Rohre. Okay, 800 Meter. Oder? Hier, bei mir hier. Nee. Also, obwohl, ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Okay, dann machen wir das anders. Dann müssen wir hier einen Straßenabzweig machen. Das machen wir hier. Okay, ich mach das, ich hol Kohle und Dings, okay? Nee, nee, nee. Ich brauch nur das Schwarzpulver hier. Ja, dann hol ich schnell Kohle und Schwefel hierher. Das sind 1.000 Meter. Ja, das Schwefel, das war auch 1.000 Meter entfernt, was ich da genommen habe. Also, gib mir ein Bohr und ich mach das. Ja, ich kann ja einen geben. Weil, da hast du... Bei mir im Auto ist einer. Bei mir im Auto ist einer. Beton, Dings. Was? Äh, Beton, Stahlträger. 19. Wie viel brauchst du? Ja, brauch ich. Okay, äh, so. Stahlbeton, hier liegt auf der Straße rum. Dann mach ich mir hier noch den Bohrer. Ja, dann musst du noch einen Bohrer bauen. Also, ich brauch zwei Bohrer. Nee, ich würde... Ich brauch noch, äh, drei Multiple Miner. Die bastel ich mir ja schnell selber. Okay, also genau, du machst MK2 drauf. Genau. Okay, wir brauchen noch zusätzlich... Was war das? Schwarzpulver. Ja, ist das? Black Powder brauchen wir. Also, mach schon mal da, wo ich es irgendwie anschließen kann. Kannst du bitte mit... Also, du hast ja eh denn zwei. Kannst du mit Stackable arbeiten? Äh, ja. Ja, okay, ich brauch 14 Schwefel und sieben Kohle. Ah, lecker. Ja, Kaffee hier. Auf dem Planeten. So, und von wo gehst du eigentlich hin? In welche Richtung? Warte mal, äh, weiß nicht. Also, das nächste war hier Richtung... Richtung Süden. Ja, ja, ich hab's auf der Karte markiert. Ich markiere jetzt noch die Kohle. Okay, ich seh's nicht. Ja, ich glaub, du siehst es nicht. So. Jetzt kann ich mal löschen. Okay, also du gehst da hinten über den... Ja. Oh, das ist da. Okay, okay, okay. Okay, okay. Pure. Pure. Oh mein Gott, man sieht, was für Quellen das sind. Dann nehme ich hier die Normal. Lol. Das ist krass. Wenn ich scanne... Warte mal, wenn ich scanne, sehe ich das auf der Karte. Und dann gehst du... Ja, du scannst nach etwas. Ja. Und dann gehst du auf die Karte und irgendwann wird es aufploppen. Und dann seh ich da, das Schwefel ist normal. Oha. Cool. Cool. Was ist da? Okay, viel Spaß. Ja. Da hinter den Bögen, da muss er hin. Der junge Mann. Du musst da auf irgend so einen Berg. Junge Mann, du schaffst das schon. Auch kein Scheiß. Nö, nö. Also ich meine, irgendeinen Scheiß aufbauen oder sowas. Macht ihn vernünftig. Achso, nö, nö. Und nimmst Deckable. Du kannst es nicht auf ein Band bringen, weil ich 2 zu 1 brauche. Ja, ich weiß, ich weiß. Bring das erstmal her. Ich baue jetzt hier den Rest auf. Da oben ist es. Alter, das hier sieht neu aus. Oh. Oh. Okay. Machen sie dir Ärger? So, jetzt kommt es Krieg. Kake, hier kommen nachts bestimmt die Spinnen. Oh, da ist direkt eine gespawnt vor mir. Also wirklich direkt vor mir. What the fuck? Ich habe die fast überfahren. Überfahren kannst du, glaube ich, immer noch nicht. Was? Achso, nee, aber... Kann man schon, aber... Was passiert? Aua, Aua, Gift. Aua, Aua, Aua. Kacke, ich muss da hoch? Da ist unglaublich viel Gift. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ist es die? Eventuell ist es die. Lass mal gucken. Ja, da ist ja der See. Ja, richtig. Das ist doch unsere alte Alu-Produktion. War doch da irgendwo. Aua. Ja, du musst da hoch. Aua, das ist Gift. Ich sehe das sogar als auf der Map markiert. Hä, aber da ist... Ich komme da nicht hin. Doch, doch, da kommst du hoch. Nein, weil da ist überall Giftsteinchen. Und die kann man nicht wegsprengen. Ja, denn Luft anhalten, rein und gebeamen. Alter, da ist eine Spinne auf so einem Knochenteil gespawnt. Die springt einen an. Seit wann springt die einen an? Okay, so, jetzt haben wir hier Didde. Oh, da ist es. Didde. Okay, ich bekomme das hin. Gut, Eul. Haben wir. Easy. Easy, 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 easy. Hör mal, haben wir. Ich brauche nur... Oh, brauchst du noch da. ...zwei Bohrer. Okay, da ist das. Das lässt das Auto stehen. Oh, hast du überhaupt genug Zeugs für... Also MK1 brauchst du, ne? Warte mal, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Die beiden produzieren Plastik. Genau. Und was ich jetzt brauche, ist Kupfer. Kupfer. So, du hast eine kacke... Kupfer pinnend mal später. Jetzt stellen wir erstmal die Schmelzen auf. Ey, die Bäume sind so schön. Alter, das ist so eine schöne Gegend hier geworden. Mit diesen Laternenbäumen. Mhm. Stell ich jetzt hier die Schmelzen hin. Oh, kacke, Strom. Ja, du musst... Das habe ich ja gar nicht bedacht. Erstmal die Förderbänder hierher und dann gehst du wieder zurück. Mit Strom. Setzt sie ins Auto und kommst wieder zurück. Hast du genug Zeug für die Förderbänder, das ist die Frage. Warte mal, ich höre gerade den... Hier ist so ein Ort noch. Ne, so ein rotes Steinchen. Das habe ich gerade flüstern hören. Hm. Die sind so gruselig, die Steinchen. So, hier müssen wir einen Splitter dran setzen. So, da sind die Musik. So, da sind die Musik. Also, die Musik. Bingo, das heißt ich habe jetzt Wire and Shit, ich brauche jetzt Plastik, ich brauche jetzt so einen Fabrikator, der Beste kommt da, Shit kommt da, der ganze Shit, der kommt doch hier rein. Das stimmt, hier ist ein Frack. Looten, was brauchst du? 50 Megawatt, hole ich mir gleich. Da kannst du zwei Teile und dann noch Biomasse-Licht drumherum. So, hier kommt raus Circuitboard. Scheiße, wir haben ein alternatives Circuitboard. Wir müssen echt... So, da ist meine Teile. Wir müssen gegebenenfalls mal aufschreiben, was wir für alternative Rezepte haben. Man kann keine Pflanzen, keine Essensteile mehr wegfahren. Ah, Gott sei Dank. Das ist gut. Jetzt hängt die Schnur da durch, ey. Oh, come on, ey. Ey, wie ist denn der da? Was? So, der ist weg. So. Also Produktion, ja. Bis zu meinem Wagen. Bis zu meinem Wagen. So. So. So, so. 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 Okay, okay, Plastik läuft, ist gut erstmal und der Wiener muss nicht so Cables gemacht werden. Die Schnecke ist irgendwie in der Luft. Die Schnecke ist irgendwie in der Luft. Also warte mal, irgendwo wird ein Circuit Board gebaut. Circuit Board wird hier gebaut, hier kommen die Kabel raus und die Big Wires, die kommen von da hinten heran und daher stelle ich jetzt hier einen Manufaktor hinein. Sehr schön. MK2. Danai. Also ein MK1. Okay, das Zeug kommt jetzt auch. Sehr schön. So, das haben wir aufgebaut, das haben wir aufgebaut. Das Einzelne, was ich jetzt noch aufbauen muss, wäre ein Assembler. Sollen wir den bauen? Ja. Für das Pulverzeug. Das muss da durch. Das heißt, das setzen wir jetzt einfach so rum hin. Okay, Mom läuft mit einer Festplatte. Geil. Okay, man kann doch Büsche kaputt fahren. Nur wenn man aber halt schnell genug ist. Mach doch sowas nicht. Ja, das war aus Versehen. Gut. Ah, also wenn du das noch hier hin verlegen könntest und zwar vernünftig. Hübsch. Kannst du mir ja helfen? Nicht, dass ich da Apple Pelle kriege und so. Das wäre echt geil. Ich kann dir helfen, indem ich dir hier schon mal zwei solche Teile hinstelle. Übereinander. 3E1, zack, bumm, da rein und da rein. Also der Anschluss ist hier gelegt, die müssen bloß noch hier beide ran. Und du kannst ja auf die Rohre, da habe ich ja Stackable genommen. Ne, habe ich nicht. Scheiße. Soll ich dir eine Platte rüber bauen? Ja. Mit dem Betonweg? Kannst du machen, ja. Jetzt müssen wir bloß nochmal Strom verbinden, den ganzen Gram. Dann wird er doch weit. Wo muss was rein? Achso, ist egal. Hauptsache, kommt was rein. Yes, Sir. Okay, alles gelb heißt Ressourcen fehlen. Schwefel kommt. So, Kohle kommt. Sehr schön. Dann nimmt auch gleich das Schwarzpulver. Und dann wirst du auch die ersten geilen Sachen bekommen aus der Anlage hier. Hier hinten habe ich einen Container herangestellt. Ja, von hier aus kannst du zugreifen. Das passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Danke. So, jetzt muss ich bloß nochmal schauen. Das ist da hinten dran. Und der haut doch nur Benzin raus. Genau. So, und Kohle ist drinnen. Sehr gut. Und erst Schwarzpulver. So, Leute. Ey, jetzt haben wir hier von weit her Schwefel und Kohle geholt. Waren das beides reine Quellen? Ne, ich glaube das waren beide normale. Okay, ist gut. Jetzt haben wir hier Schwarzpulver. Da hinten kommt das smokefreie Pulver raus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist jetzt das Benzin, was ich hier rüberführe. Da müssen wir auf jeden Fall noch Benzinkraftwerke hinstellen. Das Ding ist fast voll. Und das Ding ist halb voll. Okay. Da müssen wir nochmal nachrechnen. Ich glaube hier verbrauche ich alles. Meine Tools sind irgendwie um sich bauen. Ich kann sie nicht benutzen. 36. Ja warum? Ich würde gerne meine Tools benutzen. Mhm. Da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt noch eine Kraftwerk hinsetzen können. Oh, hier das erste Zeug kommt. Zehn haben wir schon. Von diesen schönen Teilen. Sehr gut. Stell mal eine Marmour auf. Jetzt gucken wir, wie viel wir davon brauchen. Mom. Ist da nicht noch eine Festplatte drin? Jaja. Die rödelt noch knapp zwei Minuten. Die Festplatte machen wir noch und dann verabschieden wir uns, Leute. So, erstmal gucken. Äh, Spefel? Oder wo musst du das machen? 50. 50. Ja, nicht bei allem. Was? Bei manchen ist auch 200. Ach so, da sind wir noch gar nicht. Ah. 200, richtig. Okay. Das können wir ja erst machen, wenn das andere erforscht ist, ne? Oder? Ne. Doch, erforsche übergeordnete Knoten. Okay, wir müssen erst die vier übergeordneten Knoten erforschen. Ne, nicht alle vier. Nur ein. Okay. 500, 100, okay, 100. Ja, wo ist denn im Arm? 50. Okay, die Knarre. Ah, da. Hör zu, die Knarre braucht 50 von den Teilen. 100 Motoren. Ja, die Knarre. Genau. Die machen wir auf jeden Fall. Und danach bitte gleich die Inventarplätze. Das sind mir nur sechs Stück. Wie viele Motore hast du? Wie viele Motoren? Äh, fünf. Na, kacke. Ja, ich brauche selber welche denn für... So, wie weit ist es hier noch? 43 Sekunden. So Leute, also was ich noch brauche, wir haben hier hinten unsere Catherium-Produktion. Die steht hier irgendwo rum. Die sehen wir gerade nicht. Die werde ich pimpen, sodass wir da richtig mal Catherium-Draht raushauen. Und der kommt denn hier her, der Turbodraht. Turbodraht benötige ich hier und zwar 400 Stück die Minute. Ey, scheiße, kann das überhaupt unser Förderband? Doch. Im K4 macht das, ne? 480. Ey, Gott sei Dank, ey. Pau, ich glaube hier ist ein Puffer-Behälter. Aber der ist noch nicht ganz voll. Äh. Ist das richtig so? Wo denn? Bei den Benzinkraftwerken. Ja, ja. Die sollen auch nicht wirklich voll werden. Im Idealfall ist da gar nichts drin. So, hier. Mam. Also. Wir haben Kupferlegierungswaren. Ja, aus Kupfererz und Eisenerz. 100 Stück pro Minute. Ballert daraus. Wir haben ein alternatives Rezept zu den Rotoren. Warte ich schon mal. Da brauchen wir Kohle dazu. Wegen dem Stahlrohr. Ne, ne, ne. Das hat man schon mal abgelehnt, weil wir eh diese 11,25 pro Minute haben. Ja, ja. Das brauchen wir nicht. Ne? Und dann haben wir hier Holzkohle. Holz zu Kohle. Ne, also für mich wäre die Kupferlegierung eigentlich das... Ja, die 100... Nehmen wir die Kupferlegierung, okay? Ja. Erledigt. So, Leute. In dieser letzten Entscheidung verabschieden sich jetzt der... Junge Film. Und ich der alte Film. Lass gerne einen Daumen da gerne Kommentare. Und noch viel lieber ein Abo, wenn wir uns darüber freuen, ne. Also. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Ciao, ciao, ciao. Nice to have they spoken by Lizzo. Tschüss. 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 Tschüss.